Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten Hundehütten. Damit ihr das beste Modell für euren Vierbeiner finden könnt, werden wir euch in diesem Video drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern aus auch drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. So sollte für jeden Anspruch und auch Geldbeute hier die passende Hundehütte dabei sein. Viel Spaß also nun beim Video. Für weitere Infos zu den Hundehütten könnt ihr aber auch während oder nach dem Video mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir alle drei Modelle verlinkt. Also wenn ihr mehr dazu erfahren wollt oder die eventuell auch bestellen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Ansonsten nun viel Spaß mit dem Video und der ersten Hundehütte aus der ersten Preisklasse. Hier möchten wir euch die Petsfit Hundehütte vorstellen, welche mit einer Abmessung von 85 x 62 x 58 cm kommt. Dieses Modell ist eher für kleinere Hunde geeignet, besteht aber trotzdem aus einem hochwertigen Massivholz. Durch dieses ist das Modell auch wunderbar für den Autoreinsatz geeignet und hält jeglichen Wetterbedingungen stand. Das Besondere ist hier, dass man das Dach ganz einfach auch öffnen und so an das Innere herankommen kann. Diese Klappe funktioniert mit einer pneumatischen Technik und kann dadurch wunderbar gehoben und geschlossen werden. Eingeteilt ist dieses Modell in einen Außen- und einen Innenbereich. Im Innenbereich hat diese Hundehütte sogar noch ein Fenster, sodass der Vierbeiner jederzeit herausgucken kann. Das Dach des Modells ist wasserdicht und sorgt auch bei härteren Regenfällen dafür, dass im Inneren bzw. unter dem Dach alles trocken bleibt. Durch die kompakten Abmessungen dieser Hundehütte ist sie vermutlich aber eher für kleinere Hunde, wie gesagt, oder auch für Katzen gut geeignet. Wer aber hier ein langlebiges und wie wir finden auch optisch ansprechendes Modell haben möchte, der entscheidet sich zum Beispiel für die Petsfit Hundehütte. Mehr Infos zum Modell gibt es auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt nun aber auch gerne dran, wenn ihr die nächsten beiden Modelle kennenlernen wollt, welche auch für größere Hunde geeignet sind. Als nächstes möchten wir euch das Modell der Mittelklasse vorstellen, die Outdoor-Hundehütte Dogvilla von Fairplast. Diese besteht vor allem aus hochwertigem Kunststoff, welcher Schlag-, UV- und auch wasserbeständig ist. Erhältlich ist diese Hundehütte in drei verschiedenen Größen, wobei sie in der größten Ausführung, also XL, mit einer Abmessung von 1,11 x 84 x 79 kommt. Damit ist dieses Modell für kleinere bis mittelgroße Hunde geeignet. Der Haupteingang des Modells ist 30 cm breit, allerdings kann man hier auch eine Seitenwand ausklappen, welche mit knapp 70 cm dann nochmal einen wesentlich höheren Eingang bietet. Beziehungsweise kann durch diese Funktion einfach auch eine Seitenwand des Modells zur zusätzlichen Plattform für das Tier werden, wodurch es beim Modell auch mehr Platz hat. Der Boden der Fairplast Dogvilla kommt zudem mit internem Drainagesystem, also einer automatischen Wasserableitung und zudem ist diese Hütte auch mit einem Lüftungskitter ausgestattet, um eine ausreichende Belüftung innen sowie trotzdem noch eine trockene Umgebung für den Hund zu gewährleisten. Besonders schön ist auch, dass das Modell dank seiner Konstruktion ohne Werkzeug super einfach und schnell zusammenzubauen ist. Es handelt sich hier um ein leicht zu installierendes Stecksystem, welches in nur wenigen Minuten einsatzbereit steht. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch noch alle weiteren Informationen zu dieser Hundehütte durchlesen, sowie das Modell von Fairplast natürlich auch bestellen. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, um das dritte und letzte Modell aus dem Vergleich kennenzulernen. Als drittes möchten wir euch die Massivholzhundehütte von Porhat vorstellen. Hier handelt es sich um das größte und auch, wie wir finden, optisch ansprechendste Modell im Vergleich. Es hat eine Abmessung von 1,27 m in der Breite, 1,12 m in der Tiefe mit der Veranda und 1,09 m in der Höhe. Ausgestattet ist dieses Massivholzmodell auch mit einem robusten Holzrahmen sowie einem witterungsbeständigem Asphaltdach. Dieses lässt weder Regen, Schnee noch Sonne durch und hält das Tier so trocken und sicher. Auch kommt es, wie gesagt, mit einer geräumigen Veranda, sodass der Hund quasi draußen liegen kann und genug frische Luft bekommt, während er noch von dem Veranda-Dach geschützt ist. Aber auch im Inneren der Hütte, wo der Hund mit 75 x 180 cm eine Menge Platz genießt, kann er durch die große Tür oder durch das zusätzliche Fenster alles von draußen mitbekommen. In Kombination mit vielleicht noch einem weichen Hundebett ist die Porhat Massivholzhundehütte das perfekte Zuhause für euren kleinen Vierbeiner. Geeignet ist das Modell für mittelgroße bis sogar große Hunde bis zu 24 kg. Mehr Infos zu diesem Modell erfahrt ihr aber auch über den dritten und letzten Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ihr mittelgroße bis große Hunde habt, dann ist dieses Modell vermutlich für euch das Richtige. Für kleinere Hunde können wir aber auch das Pets Fit oder das Fairplast Modell empfehlen. Aber für welches Modell habt ihr euch nun entschieden? Lasst uns das doch gerne mal in den Kommentaren wissen und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da, wenn wir euch mit diesem Video weiterhelfen konnten.